Runde 1 Ganz kurz zur Erklärung, das ist relativ einfach. Ihr beide spielt gleichzeitig auf diese, ich nenne das mal Taube, das ist wie so ein Curling-Dingens. Taube. So, ja, Taube nennt man das beim, Taube gibt es beim Eisstockschießen. Taube, da sitzt du bei mir im Baum. Taube heißt das. Taube, stimmt. Du, ihr müsst ihn schon richtig vorbereiten, weil der weiß alleine gar nichts. Taube, nicht Taube, Taube. Taube, also Zusatzpunkt für uns schon mal. Ne, an dieser Stelle, das ist übrigens die Sportart, in der Liddy Weltmeister geworden ist, Eisstockschießen. So, pass auf, ihr müsst auf den Stein da, das was in der Mitte ist, das Rote, müsst ihr werfen. Moment, aber erst auf mein Startsignal. Auf die Plätze, fertig, los. Gute Idee. Oh, 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 oh. Jetzt war ein Reinlich-Ding. Oh. Oh, 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 Liddy. Noch nichts passiert. Ne, Mann. Nicht auf den Ball. So, jetzt große Chance für Diddy. Große Chance für Diddy. Oh, da ist er drüben. Und Diddy Hammann gewinnt das viel. Team Kettenchallenge geht an, Team Blau an Didi Hammann. Wie macht das? Jeff, das ist noch ein Start und kaputt bist du auch noch. Die war knapp.